Willkommen bei Robbyschnack.de Heute zeige ich Ihnen die Liege Chill von Willi Schillig 144 in der Ausführung hier Creme Hinter mir sehen Sie andere Farben Wir haben eine Kleinsäge auflegen lassen Diese Liege ist extraordinär bequem Durch diese Mischung aus Flocken und Charmstoffstäbchen Im Kammern genäht Sie wollen eigentlich gar nicht mehr aufstehen Und Sie können sie mehrfach verstellen Hier das Fußteil Hier den Rücken Jetzt ist das Fußteil etwas hoch Machen wir es etwas runter Und den oberen Rücken kann ich auch noch verstellen Jeder kriegt seine Lieblingsposition hin Ich bricht es etwas weiter hoch Sehen Sie hier Ach so ist gut So ist perfekt 65 cm Breite Eine Flockenfüllung Purfüllmatte mit Charmstoffstäbchen Können Sie auch aufschütteln Leichte Verstellbarkeit Verschiedene Farben Derzeit haben wir noch einen Cognac-Ton Schwarz haben wir Rot haben wir Einen Stone-Ton und diesen Creme-Ton Er hat eine Kleinsäge extra für uns produziert Zum Schnäppchenpreis von Willi Schillig in ganz Deutschland Gibt es niemanden der diese Liege günstiger verkauft wie wir Verspreche ich Ihnen Schnappen Sie zu Wenn Sie etwas sehr bequemes wollen Was optisch auch noch was her macht Die Liege wurde übrigens designt von Professor Doch nicht Doktor Professor Jan Armgart Googeln Sie mal wer das ist Dankeschön Mein Tipp an Sie Liege Tschüchel und Tschüss 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 Tschüss